Jigsaw Tide 2, los geht's! Okay, das war jetzt geil. Also von Jigs hab ich keine Angst. Auch wenn es ein Jumpscare ist. Hä? Wohin denn jetzt? Wohin denn? Ah, da. Ah, da. Ah, da. Oh, verdammt! Ein Schlossel. Ein Schlossel. Oh, da! Oh. Now, let's see how long it will take before you figure a way out. Ich weiß schon wohin. Welcome to game number two. You must dodge the traps while making it across. But once again, try not to drop. Good luck. Oh yeah, einfach. Ach, komm schon. I don't know. Oh, 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 oh. War ja klar, dass er was machen kann. Ich benutze diesen Raum, um die Spiele zu monitorieren. Aber du sollst, bevor mein Minotaur zu dir kommt. Ich denke, hast du was zu achten? Oh, oh. Das war das, das war das war. Das war's für mich. Ja, klar. Sag mal, ist das nun gerade? Ich denke mal, ja. Ja, klar. Schlüssel? Schlüssel. Schlüssel? 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 Bei Jigsaw Spiele habe ich keine Angst, auch wenn es da Jonska kommt, weil ich liebe diesen Film. Ja, ich muss irgendetwas bauen. Okay, das letzte jetzt. Was ist das? Was ist das? Komm. Äh, wofür? Ich dachte, da wäre irgendwas Ich bin der Ich bin der Sie haben es, um es zu leben. Jetzt, um das Spiel zu haben, Sie werden 60 Sekunden zu gehen bevor die Toxic-Gas eliminiert wird. Ihr Spiel beginnt jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, perfekt. Herein. Da ist was. You're now at the fifth game. Well done. You have put a smile on my face. For game number five, you will need to make it across while avoiding the lasers. But don't take too long. Fatal Spikes will be closing in on you. Good luck. Got it. Okay. Got it. Das ist auch auf der anderen Seite. Das ist auch auf der anderen Seite. Das ist auch auf der anderen Seite. Okay, Moment. Lass mich mal überlegen. Okay, es funktioniert doch so. Okay. 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 You cuando teください. I will make a part three and trust me, you will make it up next time. But not you, not anymore. But this does not mean it's the end of me. You can continue if you choose to. In order to continue, you must have collected all 17 of my jigsaw piece to enter the bonus So, without these things, I can't collect them. No matter what.